Eigene Sache, ich habe auch was geschrieben, das ist ein Monolog eines Musikschullehrers. Also, der Musiklehrer hat es schwer. Viel Nachwuchs soll er zaubern, Herr. Für Chor, Orchester, Teenie-Star und Häusle-Musiker sogar. Gesellschaft wünscht sich Spaß mit Herz, doch Kindsillik ist kein Scherz, mit Mühe und mit viel Geduld befreit sich Lehrer von der Schule. Er unterrichtet alle Phasen mit Toten und mit tollen Blasen, so weit, so gut. Es ist gelungen. Erfolg ist da. Und schnell verglungen.